Ich zeige euch jetzt die Übung Pinguin. Dafür gehen wir wieder in unsere Ausgangsposition. Ich zeige euch diesmal das von der Seite. Richten uns auf, lassen die Arme seitlich am Körper hängen und nehmen dann die Arme nach hinten und greifen mit den Händen ineinander. Jetzt ist es wichtig, dass ihr den Bauchnabel ganz fest zur Wirbelsäule zieht, um diese Position zu halten. Dann erst die Arme nach oben anheben und die Position für 30 Sekunden halten. Dabei dehnen wir vor allem die Brustmuskulatur. Dann ganz langsam wieder in die Ausgangsposition zurückkommen, alles wieder etwas auslockern. Wir machen das jetzt nochmal zusammen. Am besten auch wieder seitlich hinstellen, in die Ausgangsposition kommen, Füße fest, Oberkörper aufrichten, Arme locker und dann die Arme nach hinten nehmen, mit den Händen ineinander greifen, ein bisschen in den Knien bleiben und fest mit dem Bauchnabel nach innen ziehen. Die Position halten und dann die Arme nach oben anheben. 30 Sekunden diese Position halten und gleichmäßig atmen dabei und dann ganz langsam wieder in die Ausgangsposition zurückkommen und alles wieder auslockern. Sehr gut. 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 Gut.